Wir sind heute in Brasilien, in der Stadt Florianópolis. Das ist im ganz Süd-Brasilien. Hier können wir Joaquina sehen und Lagoa da Conceição. Hier ist das Meer und hier ist das See. Wir sind ganz in der Nähe von der Stadtmitte von Florianópolis, ungefähr zwei Kilometer entfernt von dort. Heute ist ein Sönetag. Viel Sonne. Hier gibt es viel Natur. Moskitos auch. Hier kommen sehr viele Leute, die Natur zu sehen. Florianópolis hat ungefähr 42 Strände an Meer. Da gibt es eine Brücke. Hier gibt es viel Butter. Die Temperatur heute ist ungefähr 27 Grad Celsius. Die Temperatur. Die Temperatur. Die Temperatur. Die Temperatur. Die Temperatur. Wie. Vielen Dank.